Endlich ein Reveal-Datum für Assassin's Creed Codename Red in Japan. Am 10.06. ist es soweit, die nächste Ubisoft Forward findet statt und da wird ziemlich sicher auch Assassin's Creed in Japan gezeigt. In der Vergangenheit war es immer so, dass auf der Ubisoft Forward oder dem Event vor einem Assassin's Creed ungefähr im Juni das nächste Assassin's Creed auch wirklich gezeigt wurde. Meistens war das entweder ein kleiner Trailer oder aber auch schon echtes Gameplay. Was ihr hier seht, das ist von Teaser Play in Unreal Engine 5 erstellt und kein echtes Gameplay. In die Richtung könnte es aber gehen. Der Release von Assassin's Creed in Japan, der soll im November stattfinden. Das könnte was ganz Großes werden. Im Gespräch sind zwei Erweiterungen und weitaus mehr Content als alle anderen Assassin's Creed Titel bisher. Folgt mir für weitere News zu Assassin's Creed.